Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Zu brisant willkommen an diesem, man kann schon sagen, denkwürdigen Montag, zumindest für die Menschen, die sich für die Royals interessieren. Meine Damen, jetzt müssen wir durchaus tapfer sein, mit dem Tag heute offiziell gemacht an so einem Tag. Es wurde ja lange gemunkelt, dass die beiden heiraten wollen. Und heute hat Prinz Harry die Sache nun klar gemacht. Und zum Mitfreuen gab es auch schon ein paar hübsche Details. Also eine begeisterte Bevölkerung in Großbritannien heute. Hanni Hüsch, der uns diesen Film gemacht hat heute in London, ist eher zuständig in diesen Tagen für Brexit. Fragen heute mal, wie schön was ganz anderes. Wie ist die Nachricht, auch mal toll, ne? Wie ist die Nachricht denn in London aufgenommen worden? Harry jetzt Ehemann. Ja. Ist erwachsen geworden, der junge Mann in den vergangenen Jahren. Wir waren alle Zeugen. Wann soll denn das alles passieren? Wir erwarten bei diesen beiden ja auf jeden Fall eine große, fetzige Party. Na, und die beiden werden sich sicherlich beraten. Hanni, nun haben wir natürlich immer gesprochen, wann ist es so weit? Wann werden die sich verloben? Auf den letzten Metern schien es ja so, als ob sie es doch sehr eilig haben. Harry hat in den vergangenen Interviews auch oft von Kindern geschwärmt. Wir wollen mal ganz vorsichtig sein. Trotzdem, warum haben sie es denn so eilig? Na jetzt? Dann haben wir noch viel zu besprechen. Und wir freuen uns aufs Heiraten im April. Hanni Hüsch, vielen Dank. Ja, und bei uns verpassen Sie natürlich nichts. Das ist ja klar. Wir sagen Ihnen, wie das alles geplant wird und die nächste große royale Traumhochzeit denn ablaufen soll. Wahrscheinlich wird es eine sehr denkwürdige. Prinz Harry konnte sich ja Rat holen bei dem Mann, den er immer fragt. Wenn es ernst wird, klar, das ist sein Bruder. Der kennt sich ja aus mit dem Heiraten. Das ist also die große News heute und die hat manche Nachrichten für uns erstmal nach hinten gedrängt. Aber nun schauen wir auf den Rest des Tages und die anderen Nachrichten. Und das ist ein ganz großes Thema heute. Was lehrt uns der Schleckerprozess, der ja heute zu Ende gegangen ist? Mit einem Urteil, dass man durchaus diskutieren kann. Wir haben das Prozessende mit einer der sogenannten Schleckerfrauen, also einer ehemaligen Mitarbeiterin, heute beobachtet. Wie hat sie das Urteil aufgenommen, diese Familie erlebt und ist sie zufrieden mit dem Ergebnis? Das haben wir sie gefragt. Und was zeigt dieser Prozess eigentlich über Anstand und Moral? Das Ergebnis schien zu Beginn heute noch ganz offen. Die Polizei in Hamburg ist seit Längerem verstärkt im Einsatz gegen Einbrecher und das auch ganz erfolgreich. Und dabei gehen sie auch mal ungewohnte Wege, wie wir jetzt sehen. Über diesem Bild hier könnte stehen, Hände hoch, ich bin's und doch die falsche. Das sagt diese Bäckerin aus Henningsdorf in Brandenburg kommt sie und ihr ist Folgendes passiert. Sie erfährt, dass sie gesucht wird und zwar mit Fahndungsfoto als Betrügerin. Das ist das Bild. Wie ist sowas möglich? Wir haben die Frau besucht, die schwört, ich bin komplett unschuldig. Also bei diesem Mann stimmt das Foto. Prominent haben wir heute Matthias Reim, der uns etwas gestanden hat und wir konnten es selbst nicht glauben, was es ist, jetzt in Brissan prominent. Ja, rücken Sie ruhig gerne ein bisschen näher ran ans Bild. Man kann es eigentlich gar nicht glauben. Matthias Reim, der ist ja seit Jahren irgendwie gefühlt zeitlos gleich alt. Aber jetzt hat er uns zu seinem Geburtstag eingeladen und deshalb wissen wir jetzt auch ganz sicher, dass er tatsächlich 60 Jahre alt geworden ist. Verdammt, ich glaub's nicht, könnten wir da singen. Doch, aber verdammt, es stimmt. Glückwünsche. Bei ihr mussten wir auch zweimal hinsehen. So oft wie Willow Smith, die Tochter von Schauspieler Will Smith, nämlich die Frisur verändern. Sie hat sie aber mit einem anderen Thema auf sich aufmerksam. Sie beklagt ihr Leben als reiche Tochter eines so berühmten Vaters. Da ist bei vielen der Mitleidsfaktor im ersten Moment wahrscheinlich eher so, mm-mm, gar nicht. Aber wenn man hört, was sie zu sagen hat, ob man das Leben haben möchte? Was sollen die Royals da sagen? Noch ein anderes Royales-Paar hatte heute was mitzuteilen. Und auch diese beiden hatten Spaß dabei. Und unser schönster Schneehase ist heute sie, Andrea Berg. Es sind schon viele Superstars in Ischgl zum Saisonstart aufgetreten. Bei keiner war es wie bei ihr. Und das ist tausendmal nicht gelungen. Die Stimmung war Wahnsinn. Und dazu hat Andrea Berg uns noch ein Geheimnis verraten. Etwas, was ihr auf der Bühne gerade ein bisschen Sorgen bereitet. Es hat mit einer Glitzerjacke zu tun. Sehen wir jetzt. Alle Lampen an. Das ist bei so einer Bergparty wichtig. Und Prinz Harry ist heute auch noch unter der Haube. Was für ein denkwürdiger Tag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss.